Hallo liebe Freunde der elektrisch verstärkten Zupfinstrumente. In unserem heutigen Gitec Jurefix Beitrag soll es um die Technik und Anwendungen der Line 6 Variex geben. Hier steht jetzt Nordenham, weil ich diesen Vortrag in Norddeutschland zusammengeschrieben habe. Im Moment befinde ich mich aber wieder zu Hause in Heinstetten. Ja, der Überblick. Zunächst mal möchte ich kurz eine Motivation geben und vorstellen was eigentlich eine Variex ist oder was eine Modeling Gitarre eigentlich ist. Eine kurze Historie dazu. Dann möchte ich mich auf die JTV 59, das ist die Variante der Variex, die ich selber besitze, fokussieren und kurz ihre Features vorstellen. Dann komme ich zur Software der Bedienoberfläche Line 6 Workbench HD, mit der man so einiges tun kann. Anschließend werde ich die Hardware der Variex vorstellen. Dann machen wir einen Deep Dive in den Schaltplan und in die Prinzipien der Signalverarbeitung innerhalb der Hardware. Und dann würde ich zu den Analysen kommen, die ich da gemacht habe, die man, grob gesagt, auch als Reverse Engineering bezeichnen kann. Ich werde die Messergebnisse vorstellen. Ich habe hier hunderte von Diagrammen auf dem Tisch liegen. Ich habe hier einige ausgesucht, die ich dann vorstellen und diskutieren möchte und erklären möchte. Wobei es wird um Signalverarbeitung gehen, um Kampffilter-Effekte. Wobei, wie schon im Newsletter angekündigt ist, dort nicht um die Mathematik geht, aber auch nicht um meine Haare, die inzwischen schon über Schulterlänge sind. Dazu vielleicht später. Nach der Vorstellung der Messergebnisse möchte ich dann noch ein bisschen was zur praktischen Anwendungsmöglichkeit erzählen. Wenn man nämlich die Variex mit dem Helix kombiniert, dann hat man ein ziemlich mächtiges Paket, wo man mit einem Tritt auf einen Schalter nicht nur das Amp-Modell und das Cabinet-Model und Effekte, sondern auch gleichzeitig Pickup und Gitarrenart und Tuning der Variex mit umschalten kann. Und das gibt einem natürlich eine wahnsinnige Flexibilität in einer Live-Performance, wo man halt ganz schnell zwischen verschiedenen Gitarren- und Verstärkerkombinationen umschalten möchte. Zum Schluss gibt es wie immer eine Diskussion der Erkenntnisse und einen Ausblick auf die weiteren Aktivitäten. Ausgangspunkt unserer Betrachtung, wie immer, das kennt ihr schon von mir, ist die Soundkette. Unser heutiger Fokus wird die Gitarre sein und zwar hier speziell die Pickups mit ihren Eigenschaften, wie sie die Schwingungen der Seiten aufnehmen, wie sie das Signal erzeugen und wie es dann übertragen wird über Kabel bis hin zur Eingangsstufe des nachfolgenden Verstärkers. Das soll heute so der Fokus sein. Die Variex ist ja im Prinzip eine Modeling-Gitarre, die genau dieses hier beinhaltet. Ja, die Variex kommt vom Hersteller Line 6. Das wissen die meisten von euch wahrscheinlich auch, dass ich ein Fan der ersten Stunde bin. Ich kann mich gut erinnern, wie diese Gitarre und Bass im Februar 1999 rauskamen. Zu dem Zeitpunkt saß ich in der Wartehalle in Düsseldorf am Flughafen und habe aufs Boarding gewartet, hatte nichts zu lesen dabei, bin dann in den Shop rein und habe diese Ausgabe der Gitarre und Bass gefunden und nachdem ich den Artikel über den Pod gelesen habe, habe mir den auch sofort anschließend beschafft und damit rumgespielt. Und seitdem beschäftige ich mich eigentlich ziemlich viel mit Modeling und der Technik und auch der Anwendung dabei. Jetzt soll es aber heute nicht um den Pod gehen. Ich möchte auch gar keine Diskussion für oder wieder Modeling vom Zaun brechen. Bitte versteht das hier alles nur als Angebot, mehr nicht. Es darf jeder über das Thema denken, wie er möchte und auch weiterhin seine original Röhrenverstärker schleppen. Das ist aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Das einzige, worum ich bitten möchte, also keine Kommentare im Sinne von Ja, der Pod, da klingt ja sowieso scheiße. Ich sag mal, eine sachliche Kritik, immer willkommen und jeder darf seine eigene Meinung haben. Aber bitte mit Anstand und Respekt. Gut, zur Historie der Line 6. Also die ersten Ideen sind laut Literatur so um das Jahr 2000 rum entstanden, so zwei Jahre nachdem der Pod rauskam. Und im Jahr 2003 hat Line 6 dann die Variax 500 vorgestellt. Die ist hier oben im Bild dargestellt. Die kam damals aus Korea. Nachfolger war das Modell 300, was in Indonesien dann gefertigt wurde. Dann gab es auch ein Modell 600, das ist nicht dargestellt. Hier ist die 700. Ich glaube, der Helmut Lemmer hat mal dieses Modell besessen. Also beide Modelle hatten schon die Variax Technologie, also den Piezo mit der anschließenden digitalen Wandlung und Verarbeitung. Sie hatten keine Magnet-Pickups. Also sie hatten im Prinzip, war es nur das Brett mit dem Piezo-Aufnehmer. Im Jahr 2010 kam dann die Standard dazu und die JTV. JTV steht für James Tyler Variax. Man sieht hier, diese Modelle sehen doch vergleichsweise einfach aus. Wenn man jetzt zum Beispiel an so eine Les Paul mit ihrer Wölbung und mit ihrer Maserung denkt und so weiter, dann sehen die doch relativ unsexy aus. Deswegen hat Line 60 überlegt, neben der Standard eben auch ein Modell, eine Variante rauszubringen, die von einem Luthier hergestellt ist. Und das ist in dem Fall der James Tyler und die wird in Korea gefertigt und es gibt auch Varianten, die in USA gefertigt werden, gegen entsprechenden Aufpreis, wie das so üblich ist in der Gitarrenindustrie. Nun zur Frage, was ist eine Modelling-Gitarre? Nun, das ist zunächst mal eine E-Gitarre, wie jede andere auch. Also hier die JTV 950 hat zum Beispiel diese zwei Magnet-Pickups und kann auch ganz normal gespielt werden, zum Beispiel wenn der Akku leer ist oder wenn man gerade genau diese Sounds braucht. Darüber hinaus hat sie halt den Piezo-Tonabnehmer drin und nachgeschaltet einen digitalen Signalprozessor. Wir kommen da im Einzelnen gleich noch dazu. Und man hat dann die Möglichkeit mit so einem Drehknopf hier umzuschalten, also der sogenannte Selector-Switch und dann kann ich zum Beispiel auf eine Fender Telecaster oder Fender Stratocaster oder Gibson Les Paul schalten. Hier ist jeweils das Baujahr der Variante genannt, die halt bei Line 6 dann als Vorbild analysiert worden ist und dann gemodelt wurde. Dann gibt es noch einen zweiten Selector-Switch auf der Gitarre, den haben wir hier und mit dem kann man zwischen Tunings umschalten. Also das geht vom Standard-Tuning über Drop-D, Half-Down oder Datgat ist ein berühmtes Tuning für die Akustik, für die Fingerstyle-Künstler. Open-D ist wichtig, wenn man Slide spielen will, Blues-G, also hier die Keith Richards-Tuning und so weiter. Das ist auch nicht festgelegt hier auf diese Tunings, man kann die Tunings auch, man kann pro Seite genau definieren, welchen Pitch man haben möchte. Das kann man in der Software tun. Bevor ich darauf komme, möchte ich nochmal kurz grundsätzlich was zur Frage, was bedeutet Modeling sagen. Modeling heißt im Prinzip, ich versuche ein mathematisches Modell zu entwickeln, das sich in den Aspekten, die mich interessieren, möglichst genauso verhält wie das ursprüngliche physikalische Vorbild. Und da gibt es zwei Prinzipien, die man verfolgen kann. Das eine Prinzip ist die physikalische Modellierung, manche nennen es auch rigorose Modellierung oder deterministische oder First Principles Based. Das gefällt mir noch am besten, First Principles Based, weil das sagt, wo es herkommt, deterministisch, mit dem Begriff habe ich so meine Probleme, weil unter deterministisch wird vieles verkauft, was letztendlich auch nur intelligente Formulare an den Parametern ist. Aber im Gegensatz zu dieser physikalischen Modellierung, die jetzt also dann von unserem physikalischen Verständnis und mathematischen Kurven ausgeht, wie zum Beispiel hier, ich habe als Beispiel mal Tiefpass-Zweiterordnung und Bandpass-Zweiterordnung hier dargestellt. Das sind ganz klar mathematische Gleichungen, die man ausrechnen kann. Und das kann dann auch ein digitaler Signalprozessor machen oder ein beliebiger Mikroprozesser. Und im Gegensatz dazu gibt es die datengetriebene Modellierung. Also viele von euch wissen ja, was ich beruflich mache. Wir beschäftigen uns ja mit künstlichen neuronalen Netzen und genetischen Algorithmen in der Wasserwirtschaft. Und da setzen wir das seit mehr als 15 Jahren inzwischen sehr erfolgreich ein. Und da ersetzen wir nämlich genau diese physikalischen Modelle, die da viel zu komplex wären, durch eine datengetriebene Modellierung. Beispiele wären zum Beispiel, Impulse Response ist ganz klar datengetrieben. Also da hat niemand St. Paul's Cathedral jetzt ausgemessen und die Absorptions- und Reflexionskoeffizienten der Wände und so weiter gerechnet. Sondern da hat man einfach eine Anregung auf die Strecke gegeben, den Response gemessen, messtechnisch aufgenommen und benutzt das dann als Modell. Aber auch statistische Modelle, künstliche neuronale Netze sind Beispiele. Hier habe ich euch mal ein Beispiel hingezeichnet. Das ist eine Regressionsgrade, also ein statistisches Modell. Das ist eine Ausgleichsgrade, die hier in die Datenpunkte gelegt wird. In dem Fall handelt es sich hier um die Entwicklung meines Körpergewichts in den letzten vier Wochen. Ihr seht hier die Ausgleichsgrade. Gibt mir knapp minus 130 Gramm pro Tag. Das ist im Moment die Geschwindigkeit, mit der ich mein Gewicht abbaue. So und das Modell ist jetzt in der Lage eine Vorhersage, eine Prognose zu machen. Das kann dann zum Beispiel sagen, wann werde ich die 80 Kilo Linie, das ist mein Ziel, wann werde ich die treffen. Das kann ich ziemlich genau extrapolieren in die Zukunft. Allerdings weiß das Modell noch nicht, dass ich nachher zum Tatort gehe und mir eine Familienpackung Kartoffelchips reinziehe oder eine Tafel Vollmilchschokolade. Und dann geht das nämlich hier wieder hoch. Das heißt, das Modell kann immer nur mit den Informationen arbeiten, die es auch bekommt. Und in dem Fall sind das hier die Gewichtseintragungen der letzten vier Wochen. Ja, das mal als Beispiel dazu. Warum erkläre ich das so ausgiebig? Weil ich denke, dass Line 6 eine Kombination von beidem benutzt. Sowohl bei den Modellen für den Pod, als auch bei den Modellen in der Vari-Ex. Warum ich das denke, darauf komme ich gleich noch. Das ist ein Unterschied zum Beispiel zum Camper Profiler. Ein Profiler ist auch ein Modeller. Das heißt, da wird auch ein digitales Modell erzeugt. Im Falle vom Camper ist das ein datengetriebener Algorithmus. Es gibt auch im Camper physikalische Modelle. Die sind aber dann in dem Fall nicht angelehnt an die originalen Verstärker. Wie zum Beispiel die Klangregelung. Es gibt da eine Klangregelung, aber die verhält sich nicht unbedingt genau wie der Fender Tone Stack, den man den Line 6 zum Beispiel genau so modelliert, dass er einem bestimmten Exemplar eines Vorbilds, das die dann halt im Labor haben, entspricht. Das ist beim Camper zum Beispiel da nicht der Fall. Das heißt, dort hat man ein datengetriebenes Modell eines Amps, so wie er gerade eingestellt ist. Man kann dann natürlich auch Bässe und Höhen anpassen und so weiter. Aber man weicht dann so ein Stück weit ab. Und deswegen wollte ich das hier erklären, dass es eben beide Anwendungen gibt und beide haben ihre Berechtigung. Zu den Features der VariX. Hier sieht man übrigens James Tyler. Das ist eben der Kollege, der diese speziellen Versionen der VariX entwickelt hat. Hier in der Hand hält er gerade eine JTV 69, ist das glaube ich. Das ist also eher so eine Strat-mäßige Gitarre mit Single-Coil-Pickups. Während die JTV 59, die ich hier als Vorbild habe, ist eher an die Les Paul angelehnt. Vom Holz, vom Aufbau und von den Pickups her. So, das Wichtigste hier ist, es gibt da eine Wrap-Around-Brücke mit LR-Bags Radiance Hex Piezo-Tonabnehmer-System. Neben den zwei Alnico-Humbucker-Pickups. Und dieses Piezo-Tonabnehmer-System schafft die Grundlage für die Modellierung. Das heißt, das liefert sozusagen die Roh-Signale, die zum Prozessor gehen. Und der Prozessor wird dann in Abhängigkeit von der Einstellung der Selector-Switches ausrechnen, wie das Signal umgeformt werden muss, damit es dann so klingt als Chemist von einer Strat, einer Tele, einer Firebird, was auch immer. Wer sich einen Überblick verschaffen will, es gibt eine schöne Demonstration der James Tyler Variex. Die ist unter dem angegebenen Link hier aufrufbar. So, jetzt zu Beginn zunächst mal ein paar Soundbeispiele. Wir haben hier ein Telecaster-Modell. Ich spiele hier nur kurz an, wer sich damit beschäftigen möchte. Das ist auf der Line-Six-Seite zu finden mit dem Link hier. Da kann man sich dann die in Ruhe anhören. Ich werde die Sounds nur kurz anklickern, um euch einen kurzen Eindruck zu verschaffen. Also hier Bridge, Tonabnehmer, Telecaster. Mittel. Mittelstellung. Also beide Pickups aktiv. Hier der Neck. Okay, das gleiche nochmal für die Fender-Strat. Bridge. Mittel. 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 Dann der Neck-Tonabnehmer. Also ich persönlich finde schon, das hat jetzt diesen typischen Strat-Ton. Aber, wie gesagt, da kann jeder seine eigene Meinung bilden. Ich bin ja völlig tolerant. So, dann haben wir die Les Paul. Bridge. Mittel. Also Zwischenstellung. Als Tonabnehmer. Ja, und dann zum Schluss habe ich auch mal einen Vertreter aus der akustischen Abteilung. Man kann also, es sind mehrere sechsseitige, zwölfseitige akustische Gitarren vertreten. Es gibt Dobros, also zwei verschiedene, die National und eine Dobro. Es gibt sogar ein Model, eine Sita. Die habe ich jetzt hier nicht dabei, aber wen es interessiert. Das Internet ist voll. Jetzt mal ein typischer akustischer Sound von dem Martin D28. So, das soll reichen als kurzer Eindruck. Also ich finde diese Sounds, ich persönlich finde sie sehr authentisch. Und sie haben riesen Vorteile, weil ich kann zum Beispiel so eine akustische Gitarre auf der Bühne aufdrehen, bis der Arzt kommt. Das heißt, da gibt es keine Rückkopplung, weil ich habe ja eine Brettgitarre in der Hand. Und der Sound ist eigentlich so, wie er optimal im Studio mit, ich weiß nicht, wie die gearbeitet haben, ich vermute immer mit Kondensatormikrofonen und in optimaler Position zur Gitarre aufgenommen. Also sagen wir mal so, was der betreffende Line 6 Ingenieur, was in dessen Ohren in der Situation halt optimal klang. Und der Vorteil ist halt, es ist absolut reproduzierbar, es ist rausch- und brummfrei. Und der Mann am Front of House, der wird sich freuen über ein sauberes Akustik-Signal. Ja, kommen wir zur Software. Man kann die BariX so spielen, wie sie halt kommt, mit ihren Modellen. Also man sieht hier auf der linken Seite, man hat hier verschiedene Modelle, zum Beispiel von der Tele, verschiedene Pickups. Also das ist jeweils Halt- und Bridge-Pickup und die Zwischenstellung kann man hier abrufen. Spank steht für die Stratocaster, Lester für, ne, wer kommt drauf? Viel Les Paul und so weiter. Und man hat auch zwei Custom-Bereiche. Hier in dem Custom-Bereich habe ich zum Beispiel meine persönlichen Custom-Modelle abgelegt, die ich des Öfteren spiele. Also zum Beispiel Drop D im akustischen Bereich mit einer D mit einer Martin. Dann habe ich ein Reso in D-Stimmung, ein Reso in G-Stimmung, weil ich ganz gern mit Slide über den Blecheimer spiele. Dann Datgat für akustische Songs und dann habe ich hier die Telecaster in Keys-Stimmung. Das heißt, ich habe hier, das sieht man hier rechts, die tiefe E-Seite auf 0% gesetzt. Man kann hier jede einzelne Seite individuell einstellen von ihrer Lautstärke. Und ja, ich mache es mir da genauso einfach wie Keys. Ich drehe die einfach weg und dann kann ich da einfach anschlagen, ohne Angst zu haben, dass da jetzt die E-Seite mitschwingt, wenn ich jetzt in einem Open-G-Tuning bin. Wenn ich das hier habe, D, G, D, G, B, D. Ja, hier in der Mitte sieht man, da ist jetzt gerade ein Telecaster-Modell angewählt. Man hat hier unten ein Karussell, wo man die verschiedenen Korpus, was ist der Plural von Korpus? Ja, ich war auf einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium. Meine humanistische Bildung lässt zu wünschen übrig. Wie dem auch sei, man kann hier also den Korpus auswählen. Und dann hat man hier in dem Bereich, kann man dann die Pickups auswählen und man kann die Pickups in ihrer Position verändern, als auch in ihrem Winkel. Und das finde ich interessant, auch gerade in dem Zusammenhang mit der E-Mail von Helmut letzte Woche, wo es um die Klangunterschiede ging bei seiner speziellen Les Paul-Variante. Und da könnte man hier mal ausprobieren, ob das eventuell unterschiedliche Kampffilter-Effekte sind, weil sich die Distanz zur Brücke verändert und damit eben die Position der Kampffilter-Minima und so weiter. Ja, man kann also wie gesagt jede einzelne Seite einstellen. Man kann den Pitch für jede Seite einstellen. Das ist dann die Abweichung von der Originalfrequenz, mit der sie schwingt. Das bedeutet aber auch, wenn man jetzt in Standard-Tuning ist, man muss die Gitarre schon stimmen. Also man sollte dann die Gitarre auch richtig gestimmt haben, damit, außer man würde halt hier hingehen und man könnte hier dann auch kompensieren. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. So, und dann hat man hier noch ein Register mit Ports. Und da kann man halt verschiedene, 250K oder 500K oder ein Mac-Potis verwenden. Und man bekommt dann den Effekt unterschiedlicher Belastungen des Pickups. Das hat ja Einfluss auf den Klang. Wir sehen ja gleich noch zu kommen. Das kann man also alles einstellen. Man kann also wie gesagt die Vorbilder nehmen, so wie sie von Line 6 hier abgelegt sind. Man kann aber auch hingehen und Les Paul-Hambucker in eine Tele einbauen oder was weiß ich. Also da sind alle möglichen Kombinationen denkbar. Von der Software her wird das alles berücksichtigt. Und das bringt mich halt zu der Annahme, dass hier nicht nur rein datengetriebene Modelle drin sind, sondern dass auch bestimmte physikalische Algorithmen daran beteiligt sind. Und ich könnte mir vorstellen, mal den Kampffilter-Effekten oder wenn man hier verschiedene Winkel einstellt, weil die können ja nicht alle möglichen Einstellungen, die man hier vornehmen kann, als in Form von Daten hinterlegt haben. Das würde auch gehen, aber wäre halt sehr aufwendig. Ja, jetzt kommen wir zur Hardware. Hier seht ihr drei Fotos. Das ist hier diese Bridge, die Wraparound-Bridge mit ihren Seitenreitern. Und von hinten fotografiert sieht man hier, wie die Durchführung der Kabel von den Einzelnen. Hier stecken sechs Bietzokristalle, jeweils einer unter einer Seite. Und die Verdrahtung geht hier dann ins Innere der Gitarre. Wenn man sich die von hinten anschaut und die Deckel entfernt, dann sieht man hier im Prinzip hier oben rechts haben wir den Schalter für den Pickup-Selektor. Dann haben wir links die Potis und die Anschlussbuchse. Und die Selektor-Switches. Hier in der Mitte haben wir den Akku, den Lithium-Ionen-Akku. Der ist, wenn er vorgeladen ist, der hält über knappe acht Stunden. Also ich habe es noch nicht geschafft, im Live-Auftritt den leer zu spielen. Wobei wir manchmal, wenn wir gut drauf sind, vier Stunden lang spielen. Wenn die Motorrad-Clubs, wenn die am Feiern sind, die haben eine Menge Ausdauer. Jo, und hier rechts sieht man die Hauptplatine. Das ist so ein Blick von hinten. Die Hauptplatine jetzt nochmal ein bisschen genauer. Hier in der Mitte, das ist der digitale Signalprozessor. Komme ich gleich noch dazu. Hier sieht man die einzelnen Chips. Hier, das ist der Stecker, über den die Piezo-Signale reinkommen. Und an der Stelle bin ich auch dann rangegangen an die Gitarre. Das zeige ich euch gleich. So, und da geht es dann erstmal in den Operationsverstärker. Das sind die 084 im Fall der JTV 59. Dann haben wir hier so ein paar Käfer. Das sind die Analog-Digital-Converter. Das sind jeweils Stereo-Ausführungen. Das heißt, wir gehen jeweils zwei Seiten. Gehen auf einen Wandler hier. Und die Wandler liefern dann die Eingangssignale für den digitalen Signalprozessor. Der hat dann irgendwo seine Speicherchips. Und dann geht es wieder raus. Man findet im Internet Schaltpläne. Ich finde das erstaunlich. Also, dass das offengelegt ist. Allerdings nur von der ursprünglichen Variante, der VariX 500. Das macht aber nichts. Weil ich denke, am grundsätzlichen Prinzip hat sich nicht viel geändert. Was sich geändert hat, sind die einzelnen Chips. Also, da sind sie jetzt inzwischen auf etwas moderneren Ausführungen. Aber man kann diese Schaltpläne googeln. Und man kann dann wirklich nachvollziehen, wie die das machen. Hier ist mal ein Ausschnitt. Hier ist der Stecker, wo halt die Signale reinkommen. Dann geht das von diesen Signalen in so einen Operationsverstärker. Und also eine analoge Verstärkung oder Impedanzwandlung vermutlich, weil Epietos ja hochohmig sind. Und dann geht es hier rein in den Wandler. Den Stereowandler. Also, der bekommt, wie gesagt, von zwei Seiten, das ist in dem Fall die tiefe E- und die tiefe A-Seite, das Signal und wandelt das. Ausgang ist dann auch ein digitales Signal. Und es kommen auch noch Analogsignale raus, die weiterverarbeitet werden können. Der digitale Signalprozessor ist ein B56-725AF von Symfony. Der hat einen Dual-Core 24-Bit, also zwei 24-Bit-Rechenkerne. Die Op-Amp sind T084C. Wem das was sagt, wem nicht, lasst euch nicht stören davon. Ich erwähne es nur. Die Wandler, das sind AKM-Wandler, 5386, das sind die drei Stück hier, die die Seitensignale wandeln. Jeweils bis 24-Bit, 192 kHz, Delta-Sigma-Wandler. Hier ist mein Prinzip-Schaltbild dargestellt. Wir haben hier die Piezos, das sind sechs Stück an der Zahl. Die kommen über die Op-Amp rein, gehen dann auf den Wandler, dann digital in den Signalprozessor. Der wiederum sein Memory hat, der hat Flash und SRAM. Da liegen der Programmcode und die Daten. Der Ausgang vom DSP geht dann wiederum auf den Wandler. Hier wird also das Digitalsignal wieder in ein Analog-Signal zurückgewandelt. Und zwar einmal, also noch ein Wandler, der dann notwendig ist. Und dann geht das Signal analog out. Und dieses Signal entspricht dem, was aus einer ganz normalen elektrischen Gitarre rauskommt. Das heißt, man kann das auch in jeden ganz normalen Gitarren-Amp einstecken. Und das wird sich genauso verhalten. Und sogar die Ausgangslevel sind genauso wie beim Vorbild. Das heißt, wenn man jetzt bei der Vari-Ex von der Strat umschaltet auf einen Les-Pol, dann muss man darauf gefasst sein, dass man da 6 bis 10 dB mehr Output hat. Wenn man das nicht möchte, muss man das dann eben in der entsprechenden Verstärkereinstellung kompensieren. Aber es ist halt ganz genau 1 zu 1 so wie im Vorbild. Des Weiteren gibt es einen digitalen Ausgang. Der geht auf dieses VDI-Interface. Das ist sozusagen das Vari-Ex Digital Interface. Und das gibt Möglichkeiten, auf die ich später noch zurückkomme. Das heißt, man kann das digitale Signal direkt in den Helix einspeisen. Der versteht dieses Protokoll. Und das bedeutet, es gibt nur eine Wandlung. Die passiert hier, hier vorne, direkt in der Gitarre. Und danach, die ganze weitere Verarbeitung passiert auf digitaler Ebene. Bis dann irgendwann der Helix ganz am Ende das wieder zurückwandelt, um es ans Front auf Haus zu schicken. Oder zum Verstärker oder so. Das ist im Prinzip die Hardware-Funktion. Das soll es dann auch gewesen sein. Und jetzt kommen wir zur Modellierung. Beziehungsweise zum untersuchenden System. Und Modellierung ist ja immer Abstraktion auf das Wesentliche. Also wir modellieren jetzt nicht alles. Sondern nur das, was jetzt für das elektrische Signal, was aus der Gitarre rauskommt, relevant ist. Da haben wir also zunächst mal ein mechanisches System. Ich habe das jetzt ganz stark simplifiziert. Wir haben Hals und Body. Das ist jetzt einfach nur ein Block. Wir haben zwei Auflager, wo eine Seite draufliegt, die gespannt ist. So, und diese Seite, die kann jetzt angezupft werden. Und dann breiten sich zwei Wellen aus. Eine nach rechts und eine nach links vom Anzupfort. Sie werden dann hier an den Stellen reflektiert, weil wir dort eine ziemlich starke Fehlanpassung haben. Fehlanpassung heißt in dem Fall, dass die Welle reflektiert wird und nicht oder nur zu einem geringen Anteil weiter wandert und dann hier irgendwo in den Korpus oder in den Hals einkoppelt. Natürlich ist das keine perfekte Reflexion, aber es ist, sagen wir mal, in der Größenordnung von 99%. Einzuleiten dazu kann man wie immer in der Physik der E-Gitarre bei Manfred Zollner nachlesen. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. So, wir haben dann eben ein mechanisches Signal, eine schwingende Seite. Zunächst mal mechanisch. Und das Verhalten dieses Signals ist abhängig vom Anschlagsort, von der Anschlagsart. Ob ich jetzt mit dem Finger weich anschlage oder mit dem harten Plektrum wie ich anschlage und so weiter. Das hat alles einen Einfluss darauf, wie die Welle entsteht und wie sie sich ausbreitet. Also auch auf den Klang. Dann breiten sich Transversal- und Longitudinalwellen aus. Wir haben, wie gesagt, die Fehlanpassung an der Brücke und am Sattel, wo die Wellen dann reflektiert werden. Und wir haben möglicherweise, sage ich mal, Halsresonanzen und Korpusresonanzen. Die spielen zwar bei der Brettgitarre, wie wir schon oft diskutiert haben, eher eine untergeordnete Rolle, aber prinzipiell sind sie natürlich da. Und wenn wir eine semi-akustische Gitarre haben, dann kann es sein, dass natürlich der Korpus auch eine Rolle spielt. Bei einer akustischen Gitarre sowieso. Und ich meine, den speziellen Blecheimerklang von der Dobro kennt ja auch jeder. Also da ist ja unzweifelhaft so, dass da ganz spezielle Resonanzen dafür sorgen, dass es eben diesen Blecheimerklang gibt. So, jetzt bauen wir in dieses System ein Piezo ein. Und zwar setzen wir den hier drunter unter die Seite. An der Stelle x gleich 0. Das heißt, nicht wie die Magnetonabnehmer, die eine bestimmte Distanz haben von der Brücke, sondern an der Stelle 0. Und dort wird jetzt diese mechanische Schwingung umgewandelt in ein elektrisches Signal. Daher die Auslenkung der Seite ist ja hier 0, weil die Seite liegt ja fest auf, die ist ja gespannt. Aber es entsteht eine Kraft, und zwar eine Stehkraft. Und die ist proportional zur Schnelle der Transversalwelle. Also genauer gesagt zu der Komponente der Transversalwelle, die hier senkrecht verläuft. Wer sich für die Einzelheiten interessiert, wie gesagt, in der Physik der E-Gitarre schauen, in dem Kapitel zu den Seitenschwingungen. Das heißt also, dieser Piezo, der erzeugt jetzt erstmal ein Signal, was proportional ist zu der Steckkraft, die sich aus der Schwingung entwickelt. Am Abtastort x gleich 0. Dieses elektrische Signal geht jetzt in eine Beschaltung. Das haben wir vorhin gesehen. Das ist also an erster Stelle mal ein Operationsverstärker. Und wenn der Operationsverstärker, der ist ja auch mit einem RC-Glied zum Beispiel beschaltet, in dem Fall ist es vermutlich mal ein Tiefpass, dann wird das elektrische Signal auch schon verändert. Und die massive Änderung, die kommt dann natürlich durch die anschließenden digitalen Algorithmen. Das passiert im DSP. Und das wird dann zurückgewandelt in ein analoges Signal und geht dann aus der Gitarre raus in den Verstärker. Das ist jetzt zunächst mal die Situation mit dem Piezo. Jetzt kommen wir als nächstes zur Situation mit einem Magnet-Pickup. In dem Fall hier ein Single-Coil, der an der Position x ungleich 0 sich befindet. Das hat eine Auswirkung. Der wandelt das elektrische Signal jetzt durch einen Induktionsvorgang. Das heißt, der Pickup beinhaltet einen Magneten, der ein Feld erzeugt. Das Feld erzeugt dann wiederum einen magnetischen Fluss in der Seite. Und wenn die Seite hier schwingt, verändert sich der und das wiederum induziert in der Spule des Tonabnehmers eine elektrische Spannung. Einzelheiten wie immer, sagte ich es schon. So, da will ich jetzt heute auch gar nicht näher drauf ein. Aber, was wichtig ist, das elektrische Signal, was hier entsteht, das hängt jetzt ab von der Apparatur des Tonabnehmers. Die Apparatur, das ist im Prinzip das Fenster, durch welches der Tonabnehmer blickt, auf die Seite. Und das ist bei einem Single-Coil zum Beispiel anders als bei einem Hambacher. Und das ist auch abhängig von der Distanz hier, wie weit weg das ist und von dem Magnetfeld und so weiter und so fort. Also, das Signal ist abhängig von dieser Apparatur. Weiterhin ist es abhängig vom Ort, der Abtastung der Seite. Von der Magnetfeldstärke und vom Abstand hier, auch vom Abstand Tonabnehmerseite, aber auch eben vom Abstand zur Brücke. Weil dadurch, dass die Welle jetzt an der Brücke fast hundertprozentig reflektiert wird und zurückkommt, ergibt es hier den physikalischen Effekt der Interferenzen. Das heißt, in Abhängigkeit von der Frequenz und dem Abstand und der Wellengeschwindigkeit auf der Seite, gibt es bei bestimmten Frequenzen, tritt dann die Situation ein, dass wir eine Amplitude haben, eine positive Amplitude am Tonabnehmer von der hinlaufenden Welle. Und dass die zurücklaufende Welle kommt jetzt mit der entgegengesetzten Amplitude und die löschen sich gerade aus. Das ergibt dann die sogenannten Kampffilter-Effekte. Hier haben wir jetzt den Begriff Kampffilter. Ich habe ja versprochen, keine Mathematik zu machen. Deswegen nur grafisch. Das hier, so sieht das aus. Gegen die Frequenz aufgetragen, gibt es hier Auslöschungen. Und es gibt auch Überhöhungen. Also das ist hier jeweils auf 6 dB das Maximum. Das heißt, auf doppelte Amplitude, wenn die Wellen sich genau konstruktiv überlagern, gibt es eine Verdopplung. Und wenn sie sich destruktiv überlagern, dann löschen sie sich aus. Natürlich nur im Idealfall, den wir nicht haben, weil wir haben ja Verluste auf der Seite. Wir haben auch Verluste über der Reflexion. Ein Teil geht ja durch. Das heißt, es wird nicht auf 0 gehen, sondern es wird eine gewisse Dämpfung geben. Aber man kann diesen Effekt mit Sicherheit hören. Und der Effekt hängt auch ab, wie ich gesagt habe, vom Abstand Tonabnehmer und Brücke. Das heißt, je größer die Entfernung wird, umso weiter rutschen diese ganzen Minima und Maxima zusammen. Übrigens, das hier habe ich in Excel gerechnet, wer die Funktion rechnen will und dazu die Formel benutzt, die bei Manfred Zollner in der Physik der E-Gitarre steht. Der muss aufpassen, weil da ist ein Druckfehler drin oder in der entsprechenden Formel ist nämlich das Betragszeichen nicht vorhanden. Das ist aber wichtig, sonst kriegt man nicht diese Form hier. Nur als Hinweis für die, die es nachrechnen wollen. Das werden wahrscheinlich nicht allzu viele sein, denke ich. So, das ist jetzt zunächst mal, das sind die Effekte bei der Wandlung hier im Pickup. Dann gibt es aber weitere Effekte jetzt, weil der Pickup ist natürlich Teil eines elektrischen Netzwerks. Und das wissen wir ja auch seit langem, das Netzwerk besteht aus einer verteilten Induktivität und Kapazität, sowohl in den Zwischenentwindungen des Pickups als auch in der Kapazität des Kabels, das nachgeschaltet ist. Und dann hat man eine Belastung durch Volume und Tone-Poety. Und die Eingangsimpedanz des nachfolgenden Geräts spielt auch eine Rolle. Ist das ein Röhrenverstärker? In der Regel dann liegt, ist der Eingang hochohmig, liegt bei einem Megohm. Und wir haben eine geringe Belastung, aber es könnte auch ein Effektgerät sein, ein Verzerrer, der im 100 Kiloohm Bereich liegt. Und dann hat man schon eine deutliche Auswirkung auf diese elektrische Übertragung, bis das Signal dann in der ersten Stufe des Verstärkersystems angekommen ist. So, schalten wir jetzt noch eine zweite Spule dazu, um eben einen Hambacker zu erhalten, der dazu da ist, die Brummeinsteuerung zu unterdrücken. Dann kriegen wir einen weiteren Kampffilter. Der entsteht nämlich dadurch, dass der Hambacker an zwei Stellen abtastet. Und die sind natürlich sehr nah beieinander. Und wie ich eben sagte, dadurch rücken die Minima maximal weit auseinander. In dem Fall führt das dann zu dem Effekt, dass sich im Prinzip über die Übertragungsfunktionen des elektrischen Systems nochmal einen Tiefpass drüber legt, im Endeffekt, sodass die Höhen nochmal stärker bedämpft werden. So, die elektrische Übertragung, das habe ich noch vergessen hier zu erläutern, die kann man sowohl als Tiefpass zweiter Ordnung darstellen, das wäre diese Funktion hier, als auch als Bandpass zweiter Ordnung. Das wäre dann jetzt hier die Kurve, die zum Beispiel ungefähr der Entwicklung der Impedanz in Abhängigkeit von der Frequenz entspricht. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall haben wir hier eine Filterwirkung, die das elektrische Signal verändert. Und das Ziel bei der ganzen Übung, warum ich das jetzt alles so ausführlich erläutert habe, ist zu erklären, dass wir das elektrische Signal des Piezos durch eine Funktion schicken wollen, die dazu führt, dass das Ausgangssignal einem, dem, möglichst gut dem Signal entspricht, dass wir von einem Humbucker oder einem Single Coil einer bestimmten Position erhalten würden. So, und die Erwartung ist nun, wenn ich jetzt hingehe und die Seite anrege oder eben hier ein Signal einspeise in das System, dass das von Kampffilterwirkungen und elektrischen Filterwirkungen und so weiter beeinflusst wird. Und dass man das eben in den Messsignalen sieht. Die Hoffnung ist, oder die Erwartung ist dann, dass wir die Übertragungsfunktion der Modelle, wenn wir uns die anschauen, dass wir das dann wiederfinden. Jetzt komme ich zunächst mal auf eine Analysemethode mittels Lemme-Analyzer. Also mein lieber Freund Helmut Lemme hat mir so einen Analyzer gebaut. Mit dem kann man ein Pickup durchmessen. Das geht folgendermaßen. Man benutzt eine Software, zum Beispiel Audio-Tester. Die Software gibt ein Ausgangssignal raus, was über ein Audio-Interface hier in dieses Gerät reingeht. Das Gerät sorgt dann dafür, dass wir ein 1 durch F-Verhalten kriegen. Ich gehe hier nicht weiter auf die Details. Das sind eine der Gründe, dass man die Übertragungsfunktion als Tiefpass zweiter Ordnung gerne sehen möchte. Und dann speist man das hier über so eine Spule ein. Man kann diese Spule auch auf der Gitarre montieren und dann direkt in die Pickups einspeisen. Und aus der Gitarre kommt dann eben ein Signal raus. Das geht dann hier in den Eingang, Audio-Interface und zurück in die Software. Und dann kann man sich die Kurven anschauen. Und das habe ich gemacht, zum Beispiel für die Variacs, für die Magnet-Pickups. Das hier ist der Halstonabnehmer. Man sieht jetzt hier für verschiedene Cs, die kann man am Analyzer umschalten. Bekommt man dann verschiedene Tiefpass-Funktionen und das Maximum liegt jeweils an einer etwas anderen Stelle. Je größer die Kapazität ist, bei umso tieferen Frequenzen liegt das Maximum. Und das hat dann eben Auswirkungen auf den Klang. Das ist der Hals-Pickup. Das hier ist der Bridge-Pickup. Man sieht die Serien qualitativ genauso aus. Da kann man zurückschalten. Ne, vorherige. Zurückschalten, so. Und man sieht, dass bei dem Bridge-Pickup die Kurven etwas tiefer liegen. Das ist normal, das ist genretypisch. Die Bridge-Pickups haben meistens ein paar Windungen mehr auf den Rippen. Und liegen damit ein bisschen tiefer in den jeweiligen Resonanzfrequenzen. Hier sind mal Kurven dargestellt für eine Squire. Bei der Strat, die ich umgebaut habe, da habe ich einen C-Schalter eingebaut. Der hat fünf Stellungen. In der Stellung 1 ist die Gitarre unbelastet. Das heißt, die Resonanzfrequenz ist hier bei 2, 3, 4, knapp 5 kHz, was einen sehr, sehr hellen Klang ergibt. Und in der Stellung 2 haben wir hier die Kurve. Und das ist so meine bevorzugte Resonanz für normale Strat-Sounds. Wenn ich also Clean- oder Crunch-Bereich spiele, also nicht heftig verzerre, dann liegt die meistens hier so um die 2 kHz rum. Das ist aber persönliche Präferenz. Das kann jeder anders machen. Ich habe es so abgestimmt. Und wenn ich jetzt auf Stellung T3 gehe, das entspricht übrigens bei der Squire 1,5 Nanofarad, dann geht der auf 4,7 Nanofarad. Und dann bin ich hier knapp über 1000 Hz. Und diese Schaltung benutze ich dann, wenn ich in eine stärkere Verzerrung reingehe, weil halt die hohen Frequenzen nicht so schön klingen, wenn man wirklich stark verzerrt und viele harmonisch erzeugt. Ja, die gestrichelten Linien sind nochmal 1,5 beziehungsweise 4,7 Nanofarad. Mit dem Unterschied, dass ich bei den gestrichelten Linien noch das Volume-Poti dazu geschaltet habe. Bei den durchgezogenen Linien sind die Potis alle weg. Das ist also der ungedämpfte Pick-up. Und man sieht also die Überhöhung hier. Ich nenne das jetzt mal Resonanzüberhöhung mit der Resonanzfrequenz. Da gibt es natürlich einige Unterschiede. Es gibt da verschiedene Arten, wie man das definiert. Und im sauberen mathematisch-physikalischen Sinne ist das vielleicht unsauber. Aber die Diskussion möchte ich jetzt hier an der Stelle gar nicht führen. Ihr wisst alle, was gemeint ist. Also das ist eben die Frequenz, die betont wird. Und man sieht, es hat eine gewisse Auswirkung. Wenn ich ein Volumen-Poti dazuschalte, habe ich halt den Vorteil, dann kann ich die Lautstärke regeln beim Spielen. Wenn ich das nicht brauche, kann ich es auch wegschalten. So, das sind die Kurven einer Fender CBS-Draht. Das ist eine 72 oder 73er-Straht, die ich mir dieses Jahr mal geleistet habe und durchgemessen habe. Und da sieht man hier, wenn man das abzählt, da würde man die 2 kHz auch erreichen. Das heißt, mit 3,3 Nano-Ferrat müsste man da zuschalten, wenn man das möchte. Und hier, das ist die Bridge-Pickup, auch hier in dem Fall etwas tiefer. Die nächste Methode, und das ist jetzt die Hauptmethode, auf die ich jetzt fokussieren möchte, ist, ich habe eine Signal-Injektion gemacht. Das heißt, ich habe mit einem PC und einer Software ein Signal, ein Sweep-Signal erzeugt und habe das eingespeist in die Elektronik der Vari-Ex. Dazu habe ich dieses Kit hier besorgt. Ich habe das nur für die Elektronik-Bastler unter euch hier gezeigt. Das ist eine Riesenhilfe, wenn man mit solchen Teilen arbeiten kann. Dieses von Sensepeak, dieses PC-Byte-Kit, das kommt mit einer Metallplatte und die ist magnetisch. Und dann kann man hier diese Dinger benutzen, um eine Platine einzuspannen. Aber in dem Fall war das nicht nötig, weil die Platine ja in der Gitarre eingebaut ist. Und hier habe ich Magnetfüße und kann dann diese Probes eben dorthin setzen, wo ich messen möchte. Also man hat dann die Hände frei und kann agieren. Das war eine wunderbare Hilfe. Wenn das interessiert, der kann mich gerne kontaktieren. Gibt es über Elektor, kann man das beziehen. So, hier sieht man die geöffnete Vari-Ex und hier bin ich da in diesen Stecker reingegangen. Im nächsten Bild ist es nochmal ein bisschen besser zu sehen. Da ist der digitale Signalprozessor nochmal. Hier ist der Stecker von den Pick-Ups und hier haben wir die Masse und hier das Signal von einer bestimmten Seite. Und dann habe ich, wie gesagt, mit der Software einen Sweep gemacht. Der ging aus dem Audio-Interface rein in die Gitarre, in die Elektronik. Kommt dann hier aus der Ausgangsbuchse raus in das Audio-Interface zurück in die Software. Und dann misst man solche Sachen. So, das ist jetzt ein Signal von einer E-Seite eines Strat-Modells und zwar von Bridge-Pick-Up. Und was man hier sieht, das sieht zwar sehr stochastisch irgendwie aus und man könnte annehmen, dass das jedes Mal anders aussieht. Das ist aber absolut reproduzierbar. Also ich habe das immer wieder nachgemessen und die Kurve legt sich immer wieder ganz genau hier drauf. Man hat hier die Frequenz. Wir sind hier zwischen 100 und 10.000 Hertz. Und man sieht, das fängt hier irgendwo an, geht hoch, hat irgendwo ein Maximum, fällt dann wieder ab. Das Maximum liegt hier im verstellbaren Augenmaß irgendwo bei 2 Kilohertz. Und dann geht es wieder runter. Und dann, von der elektrischen Übertragungsfunktion her, würden wir erwarten, dass es immer weiter runter geht. Tut es aber nicht, sondern es geht hier ab 2, 3, 4, 5 Kilohertz, geht es nicht mehr weiter runter, sondern bleibt dann auf einem gewissen Niveau. Ich halte das für ein Artefakt. Also das ist wahrscheinlich in den Modellen so. Ob man das hören kann, ich weiß es nicht. Man hört aber mit Sicherheit hier dieses, denn das sind ja hier gute 10 dB Unterschied, dass man hier eben diese Frequenzen werden hervorgehoben. Außerdem sieht man hier so einen Ripple, der also schon stark an diese Kampffilter erinnert. Die kommen auch immer näher bei höheren Frequenzen. Also das könnten schon Kampffilter-Effekte sein. So, das ist die A-Seite, die zeigt auch ein Maximum. Das hier ist die D-Seite, die G-Seite, die H-Seite und die E-Seite. Und wie gesagt, jeder einzelne von denen, absolut reproduzierbar, das ist das Verhalten, das kombinierte Verhalten des mechanischen Signals, also gefaltet oder sagen wir mal verarbeitet über die physikalischen Modelle oder datengetriebenen Modelle im Signalprozessor. So, um jetzt hier, weil das hier für jede Seite anders aussieht, um dann mal auf ein gemeinsames Verhalten irgendwo zu kommen, habe ich jetzt mal hier einen Mittelwert gebildet. Das ist hier diese orange Funktion. Und da sieht man halt, dass wir das gemittelte Verhalten, die Hoffnung ist jetzt, dass wir, dass sich die Unterschiede zwischen den einzelnen Seiten, die natürlich physikalisch begründet sind, dass die sich rausmitteln und nur noch eben das Gemeinsame übrig bleibt. Bei sechs Seiten ist das natürlich zu wenig, aber tendenziell das Gemeinsame übrig bleibt, was dann eben den Pickup charakterisiert in seiner Übertragung. Und das scheint so zu sein. Also man hat hier so ein Maximum. Und wenn ich da jetzt mal zwei Modelle reinlege, das gestrichelte hier ist ein Tiefpass zweiter Ordnung. Und die durchgezogene Linie ist ein Bandpass zweiter Ordnung. Ja, also das sind natürlich keine idealen Modelle für diese gemessene Funktion, aber sie zeigen eben ein Maximum hier an der Stelle. Hier sind die Parameter, die ich hier benutzt habe, also um diese Modellkurven hier zu rechnen. Ich habe nur drei Parameter benutzt, eigentlich nur zwei, also die Resonanzfrequenz FX und die Güte Q für die beiden Modelle. Es gibt dann noch ein Offset, mit dem ich dann die Kurve rauf und runter schiebe. Das ist im Prinzip der Verstärkungsfaktor, der ist eine freie Variable. Also wie stark das Signal ist, habe ich jetzt nicht gemessen. Da müsste man mit anderen Methoden rangehen. Ich benutze das nur als freien Parameter, um die Kurve zu schieben. Und ja, man kann schon erahnen, dass es da ein Maximum bei 2 kHz gibt. Und das entspricht zufällig genau dem, was ich eigentlich auch von der Strath erwarte. Wenn ich bei meiner Squire, wenn ihr euch erinnert an die Kurve, da war das Maximum ja bei 1,5 Nanofarad bei 2 kHz. Und das entspricht zu dem, was in meinen Ohren halt nach einer Strath klingt. Wie gesagt, das darf jeder für sich selbst definieren. So, um jetzt nicht jedes Modell einzeln so zu diskutieren, habe ich jetzt hier mal alle schon eingezeichnet. Hier, das sind die sechs Seiten einer Les Paul. Das ist das Average. Also auch hier sieht man ein ausgeprägtes Maximum. Das liegt hier allerdings etwas tiefer. Und ja, je nachdem, welches Modell man hier benutzt, kommt man auch zu unterschiedlichen Frequenzen. Man kann das nicht so ganz genau, ganz präzise machen. Man kann im Prinzip das als Indikator sehen. In dem Fall würde es fast so aussehen, als wäre im unteren Bereich der Bandpass und im oberen Bereich der Tiefpass das richtige Modell. Aber das ist natürlich... Es liegt irgendwo dazwischen. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Anregungssituation, wenn wir spielen, anders ist als über diese künstliche Anregung. Ich habe ja jetzt mit einem Signal gearbeitet, was frequenzunabhängig anregt. Der Lämmer-Analyser regt ja mit einem 1-durch-F-Signal an. Da bekommt man dann genau diese Tiefpass-Funktion. Da geht es bei 0 dB und dann runter. Und in Wirklichkeit ist die Anregung in irgendeiner Form, die man nicht genau... Also ich kenne sie nicht genau. Die ist sicherlich frequenzabhängig. Das hängt mit der Induktion zusammen. Die hat eine 1-durch-F-Charakteristik, aber es hängt dann eben auch damit zusammen, was ich für eine Seite habe, wie dick die ist, die Eigenschaften und so weiter und so fort. Manfred kann dazu sicherlich genaueres berichten. Das hier wäre eine semi-akustische, also eine ES-335. Die zeigt auch ein ausgeprägtes Maximum. Und die zeigt eben auch Abweichungen, die man unter Umständen auch als Resonanzen vielleicht vom Korpus oder so interpretieren kann. Allerdings muss man da sehr vorsichtig sein. Ich kann jetzt nur vom Gehör her gehen und sagen, ja, es klingt anders als ein Hambucker in der Les Paul. Und wie genau es jetzt Richtung Original geht, kann ich nicht beurteilen, weil ich von der 335 nur Kopien hier habe mit anderen Pickups drin. Und das ist halt schwer zu sagen, aber klingt halt wie eine halbakustische. Genau. So, dann habe ich hier nochmal eine Firebird. Da springe ich mal schnell drüber. Die Firebird hat einen relativ hellen Klang aufgrund der Tatsache, dass sie eben diese Mini-Pickups hat. Zum Schluss gibt es hier noch Kurven von einer akustischen Gitarre. In dem Fall ein Modell einer Martin D28. Und hier sieht man ganz deutlich, hier gibt es kein ausgeprägtes Maximum an irgendeiner Stelle, sondern wir haben im Prinzip den ganzen Frequenzbereich hier vorliegen. Also auch bei den hohen Frequenzen kommt hier was, was auch nicht erstaunt, sondern zu erwarten ist. Was es allerdings gibt, ist hier so etwas, was man als eine Korpusresonanz wahrscheinlich interpretieren kann. Vielleicht auch hier diese Dips. Es gibt gleich dann nochmal ein Diagramm, wo die Akustik-Gitarre verglichen wird mit der Dobro. Und da kann man dann auch nochmal unterschiedliche Resonanzverläufe sehen. So, hier gibt es einzelne Seiten, die ich mal verglichen habe, zwischen Les Paul, Strath, also das hellgrüne ist die Les Paul, das dunkelgrüne oder mittelgrüne hier ist die Strath und dazwischen liegt die RS353. Das ist jetzt für die G-Seite, hier für die tiefe E-Seite. Und ja, da habe ich schon das Gefühl, das hier könnte vielleicht auf den Korpus der RS353 zurückzuführen sein. Diese Einzelschwingungen könnten Kampffilter-Effekte sein. Ich will es in der Interpretation nicht zu weit treiben. Man sieht aber grob das, was man erwartet. Und den Rest muss dann das Ohr feststellen. Hier haben wir nochmal die Durchschnittssignale, die gemittelten Signale. Das ist nochmal interessant. Die Strath zeigt hier am wenigsten Struktur. Dann die ES335 hier. Und hier die Les Paul mit höherem Pegel. Hier sieht man im Vergleich zwischen der Martin und der Dobro, beide liefern über das ganze Spektrum Output und die einzelnen Maxima und Minima liegen halt an ganz unterschiedlichen Stellen, was vermutlich eben Einfluss auf den Klang hat und damit diesen charakteristischen Klang des jeweiligen Modells ausmacht. Ja, die Messergebnisse in der Übersicht, die Messungen der seitenspezifischen Filter zeigen erwartete Muster. Mehr oder weniger ausgeprägte Maxima bei genrotypischen Frequenzen, wie zum Beispiel bei der Strath, die 2 kHz. Das hat mich halt interessiert, weil ich kann es nicht nachvollziehen. Es wird nirgends angegeben, mit welcher Kabelkapazität und welcher Beschaltung die ihre Modelle gemodelt haben. Und man kann auch in der Software die Kabellänge oder sowas nicht einstellen. Man kann dort nur eben die eingebauten POTIs und den eingebauten Kondensator verändern, aber über so eine Messung kann man halt rückschließen, wo das Maximum liegt. Ja, es gibt Kammfilterähnliche Strukturen und mit etwas Fantasie auch eben Halskorpusresonanzen zu sehen. Wie überzeugend die erzeugten Klänge den Originalen entsprechen, war nicht Gegenstand der Untersuchung. Diese Bewertung bleibt dem einzelnen Gitarristen überlassen. Und damit komme ich dann nochmal zur praktischen Anwendung der Vari-Ex, wobei ich will das nicht vertiefen. Das werde ich dann in einem späteren Beitrag vielleicht dann nochmal im Detail zeigen. Hier nur kurz der Hinweis, wenn man Vari-Ex kombiniert mit dem Helix, dann hat man den Vorteil, dass man hier die digitale Schnittstelle nutzen kann. Und man kann eben in den Presets im Helix nicht nur Amp-Modell und Effekt und so weiter abspeichern, sondern eben auch, welches Modell der Vari-Ex man spielen möchte, mit welcher Stimmung und so weiter. Und damit kann man dann natürlich hier mit einem Schaltvorgang zwischen Les Paul und Marshall Stack auf eine akustische D28 über einen Clean-Verstärker umschalten und mit einem nächsten Klick zu einer Dobro mit einer offenen Stimmung und so weiter. Kann sich jeder vorstellen, dass das sehr vorteilhaft ist. Wer Lust und Zeit hat, kann sich mal von Rennin Graves, das ist ein Profimusiker, das anschauen. Der hat ein schönes Video auf YouTube, das ist hier angegeben, wo er zeigt, wie er die Vari-Ex in Kombination mit dem Helix verwendet, um in einer Show, in einer Led Zeppelin-Show, zwischen den einzelnen Sounds umzuschalten, die der Jimmy Page da verwendet hat. und das ist ziemlich eindrucksvoll und er erklärt halt, was das für einen Unterschied für ihn macht und welche Vorteile das eben hat, wenn er die Anforderungen hat, synchron zu einem abgespielten Video zu spielen und die einzelnen Gitarren zu wechseln. Zusammenfassung und Ausblick. Die gemessenen Übertragungsfunktionen der einzelnen Seiten zeigen erwartete Strukturen. Die gemessene Resonanzfrequenz der Vari-Ex-Strat entspricht ziemlich genau der präferierten Frequenz, die ich auch benutze. Nächste Schritte sind jetzt, was ich jetzt vorhabe, ich habe mir Grav-Tech-Ghost-Pickups besorgt. Das sind solche Piezos, die kann man bei einer vorhandenen Gitarre Strat oder Tele austauschen. Ich werde mir meine Squire nehmen. Ich habe mehrere Strat-Modelle und die Squire ist mein Bastel-Modell und werde die dort einbauen und dann werde ich die Signale, die ich gemessen habe, diese aufgenommenen Übertragungsfunktionen, in digitale DSP-Filter gießen. Ich werde mir so einen DSP da dranhängen, also erstmal einen Impedanzwandler und dann einen DSP und werde dann mal einen Hör- und Praxistest machen und gucken, inwieweit ich in der Lage bin, so eine Art Vari-Ex nachzubauen. Das interessiert mich und reizt mich jetzt. Weitere geplante Themen, also für mich persönlich jetzt, sind dann in Zukunft noch ein technischer Vergleich und ein Hörvergleich von Pod 1.0 mit Helix. Ich habe immer noch meinen Pod 1.0, den ich 1999 gekauft habe und ich habe auch den Helix in der aktuellen Version und werde dann mal schauen, wie viel Fortschritt haben denn die letzten 24 Jahre Entwicklung gebracht. Was hat sich geändert, was hat sich verändert, verbessert, klingt besser oder schlechter oder wie auch immer. Es ist interessant, wenn man auf YouTube den Pod 1.0 googelt, man findet auch einige Videos, wo Leute dieses alte Teil wieder ausgraben und erstaunt sind über die Klänge und Qualitäten. Aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache, darf jeder auch anders sehen. Hier sieht man übrigens die Vari-Ex im Einsatz. Das ist alles Geschmackssache,